Die drei Merkmale Ob Vollendete in der Welt erscheinen oder nicht, eines steht fest als notwendige Bedingung des Daseins. Dass alle Gebilde unbeständig, unbefriedigend und nicht das Ich sind. Dies erkennt und durchschaut ein Vollendeter. Und hat er es erkannt und durchschaut, so lehrt er es, zeigt es, macht es klar, verkündet es, enthüllt es, erklärt es im Einzelnen und macht es offenbar. Die zur Leidenserlösung führende Erkenntnis der ersten edlen Wahrheit von der Leidhaftigkeit, der Unpersönlichkeit und Leerheit dieser das ganze Dasein ausmachenden fünf Daseinsgruppen kann von jedem Verständigen verwirklicht werden. Nach der Lehre des Buddha nämlich ist unser sogenanntes individuelles Dasein in Wirklichkeit nichts als ein bloßer Prozess von körperlichen und geistigen Phänomenen. Ein Prozess, der bereits vor dieser augenscheinlichen Geburt seit unerdenklichen Zeiten im Gange war und der sich auch noch nach dem Tod durch unermessliche Zeiträume hindurch weiter fortsetzen wird. Im Folgenden werden wir sehen, dass die soeben erwähnten fünf Daseinsgruppen als solche keine wirkliche Ichheit oder Atta bilden und auch, dass weder innerhalb noch außerhalb dieser Daseinsphänomene eine solche zu finden ist. So wird sich der Glaube an eine solche bestehende Ichheit als eine bloße Illusion herausstellen. Das, was wir den physischen Körper nennen, ist erwiesenermaßen ein bloßer Name für eine Kombination von mannigfachen Bestandteilen und bildet in Wirklichkeit keine beständige Einheit. Dies ist jedermann ohne weiteres klar. Jeder weiß genau, dass der Körper sich von Augenblick zu Augenblick verändert, dass die alten Zellen unaufhörlich alle Augenblicke zerfallen und alle Augenblicke neue zum Entstehen kommen. Kurz gesagt, dass der Körper nach einigen Jahren ein vollkommen anderer sein und kein Partikelchen von dem früheren Fleisch, den Knochen und dem Blut usw. mehr vorhanden sein wird. Damit aber ist der Körper des Embryo ein anderer als der Körper des Säuglings, dieser ein anderer als der des Knaben, des Jünglings, des jungen Mannes und des Greises usw. Insofern aber ist der Körper kein als solches fortbestehendes Etwas, sondern ein Prozess von aller Augenblicke entstehenden und absterbenden Zellen. Das aber, was wir das Geistige im Menschen nennen, ist ein sich ständig ändernder Prozess von bewussten oder unbewussten Gefühlen, Wahrnehmungen, Willenstätigkeiten und anderen Geistesformationen. In diesem Augenblick besteht ein Wohlgefühl, im nächsten ein Wehegefühl, in diesem Augenblick der eine Bewusstseinszustand, im nächsten ein anderer. Das, was wir Wesen, Individuum, Person, Persönlichkeit, Ich usw. nennen, besitzt als solches keinerlei unabhängig bestehende Wirklichkeit. Im absoluten Sinne, Paramata, existiert also kein Individuum, keine Person, sondern lediglich nur beständig wechselnde Kombinationen von körperlichen Phänomenen, Gefühlen, Geistesformationen und Bewusstseinszuständen. Auch das, was wir zum Beispiel einen Wagen nennen, besitzt unabhängig von Achsen, Rädern, Wagenkasten, Deichsel usw. keinerlei getrennte Existenz. Oder das, was wir ein Haus nennen, ist lediglich ein bloßer konventioneller Name für eine Anhäufung von verschiedenen Bestandteilen, wie Stein, Holz, Eisen usw., die auf gewisse Art zusammengefügt einen Raum einschließen. In Wirklichkeit aber gibt es nicht so etwas wie eine von jenen Bestandteilen getrennt bestehende Hauseinheit. In derselben Weise hat das, was wir als Wesen oder Individuum oder Person bezeichnen, als solches genau genommen keinerlei Realität. In Wirklichkeit gibt es eben bloß diesen sich stets verändernden Prozess von körperlichen und geistigen Phänomenen. Die Worte Ich, Du, Er usw. sind also bloß in der konventionellen Umgangssprache, Wuhara, gültig und beziehen sich keineswegs auf etwas wirklich Existierendes. Denn weder bilden diese körperlichen und geistigen Phänomene eine als solche wirklich bestehende Ichheit, noch besteht da außerhalb derselben eine Ichheit, die der Besitzer oder Eigentümer dieser Dinge wäre. Wenn also buddhistische Schriften von einer Person sprechen oder gar von der Wiedergeburt einer Person, so geschieht dies lediglich der leichteren gegenseitigen Verständigung wegen und ist keineswegs im absoluten Sinne zu verstehen. Genau genommen ist es auch nicht korrekt, wenn wir von dem Leiden einer Person oder eines Wesens sprechen. Denn es gibt da keine Person, sondern nur einen geistig-körperlichen Prozess, der dem Leiden und der Vergänglichkeit unterworfen ist. Im absoluten Sinne existieren in diesem unermesslichen, ruhelos wogenden Meer von körperlichen und geistigen Phänomenen nur diese unzähligen Prozesse oder Daseinswellen und es gibt nichts, was da beharrend wäre, selbst nicht für die Zeitdauer von zwei aufeinanderfolgenden Augenblicken. Diese Phänomene sind alle in Wirklichkeit nur von momentaner Dauer. Alle Augenblicke sterben sie und alle Augenblicke werden neue geboren. Ein unaufhörliches Absterben und Geborenwerden, ein unaufhörliches Auf- und Abwogen von Daseinswellen, alles befindet sich in einem ständigen Fließen. Pantarei, sagt daher mit Recht Heraklit. Die alten Formen zerbrechen und neue treten an ihrer Stelle. Ein Gefühl schwindet, ein anderes taucht auf. Ein Bewusstseinszustand entsteht in diesem Augenblick, ein anderer im nächsten. Überall zeigt sich eine beständige Veränderung von körperlichen und geistigen Phänomenen. In dieser Weise folgt Augenblick auf Augenblick, Tag auf Tag, Jahr auf Jahr, Leben auf Leben. Und so bleibt denn dieser unaufhörlich wechselnde Prozess für tausende, ja Äonen von Jahren im Gange. Ein ewig wogendes Meer von körperlichen Phänomenen, Gefühlen, Wahrnehmungen, Geistesformationen und Bewusstseinszuständen. Dies ist das Dasein. Dies ist Samsara. Die Welt des Entstehens und Vergehens, des Wachsens, Alterns und Sterbens, der Sorgen, Leiden, Klagen und der Verzweiflung. Ohne einen rechten Einblick zu besitzen in diese Unpersönlichkeit oder Ichlosigkeit an Atta, alles Daseins, wird es nie möglich sein, die vier edlen Wahrheiten in rechter Weise zu verstehen. Wer aber diese Ichlosigkeit sowie die Vergänglichkeit und Unzulänglichkeit alles Daseins durchschaut hat, ein solcher hat die erste Wahrheit vom Leiden durchschaut. Untertitelung im Auftrag des ZDF,